Es ist Donnerstag, der 21. Februar 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Einen schönen guten Abend. Heute haben wir wieder eine dreiteilige Sendung. Wir haben etwas umdisponiert, weil wir gesehen haben bei der Vorbereitung auf die Sendung, dass das Thema EU-Datenschutzverordnung, wo ich jetzt schon ein wenig verraten kann, dass es in Richtung Zensur geht und in Richtung Mind-Kontroll, wo die Stasi-Methoden, was die Stasi-Konte, Bevölkerungskontrolle, sich im Vergleichsweise fast noch harmlos ausnimmt, weil es viel geschickter ist und das unter dem Deckmantel des Datenschutzes. Dazu kommt hier nächstes mehr. Aber das ist ein Thema, damit kann man eine ganze Sendung führen. Ich bitte um Verständnis, dass wir das etwas geschoben haben, jetzt heute in der Sendung nicht bringen. Denn wir haben für heute hochkarätige Interviews gemacht und wir haben außerdem ein zusätzliches Thema bei uns auf die Tagesordnung gesetzt. Wir sehen, dass es nötiger denn je ist. Wir wollen informieren über das, was wir herausgefunden haben, über Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz. Was bedeutet Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz? Was hat das mit dem Recht der Vereinten Nationen zu tun? Ja, heute haben wir insgesamt drei Themen. Erst ein Interview mit der DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld. Dann kommen wir zu Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz. Und dann kommt ein Interview mit dem portugiesischen Gewerkschafter Augusto Brasa. Ja, kommen wir nun zum Thema Nummer 1. Vera Lengsfeld, fiel noch aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung bekannt. Sie ist auch Sprecherin einer Initiative namens Bürgerrecht, direkte Demokratie. Eine neue Initiative, die sich dafür einsetzt, das, was mit dem Grundgesetz möglich ist an Volksentscheiden, wesentlich mehr auszuschöpfen, als dies bisher getan worden ist. Und wir haben Sie interviewt, um herauszufinden, was will die Initiative, wo legt sie ihre Schwerpunkte, für was fordert sie Volksabstimmung. Bitte um Abspielen des Interviews. Nun spreche ich mit der Bürgerrechterin Vera Lengsfeld, vielen noch aus DDR-Zeiten bekannt. Frau Lengsfeld, Sie sind Sprecherin der vor kurzem gegründeten Initiative Bürgerrecht, direkte Demokratie. Worum geht es dabei? Ja, es geht darum, den Bürgern wieder mehr Mitspracherecht in den politischen Entscheidungen einzuräumen. Die Bürger haben ja in der Friedlichen Revolution 1989, 90 gezeigt, dass sie in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und das ist leider bei der politischen Klasse, wie wir sie jetzt im vereinten Deutschland haben, nicht so richtig angekommen. Es gibt verbale Aussagen, dass fast alle Parteien für mehr Volksentscheide oder Mitbestimmung sind. Aber in der Praxis wird das von der Politik nicht umgesetzt. Und wir wollen mit unserer Initiative jetzt der Politik Beine machen, und von ihr fordern, dass sie endlich das, was sie in ihren Programmen als Lippenbekenntnis längst niedergelegt hat, in die Praxis umsetzen. Jetzt gibt es im Grundgesetz ja ein unantastbares Strukturprinzip Demokratie, wo ja, was auf drei Beinen steht, das Wahlrecht, die Volksabstimmung und als Trittes die Organe des Staates mit Legislative, Exekutive, Judikative. Und es gibt ein grundrechtsgleiches Wahlrecht. Im Grundgesetz steht bisher noch kein grundrechtsgleiches Recht auf direkte Demokratie. Wollen Sie auch eine Grundgesetzänderung? Oder meinen Sie die Volksabstimmung, wie sie auch im Strukturprinzip Demokratie enthalten sind? Also erstens wäre das kein Tabu, auch das Grundgesetz weiterzuentwickeln. Das hat jetzt etliche Jährchen auf dem Buckel. Und inzwischen ist die Gesellschaft ja weitergegangen und hat auch gelernt. Also, wie gesagt, wäre das jetzt kein Tabu und kein Hindernis, auch das Grundgesetz zu ändern. Wir meinen aber, dass schon im bestehenden System die Möglichkeiten, die es gäbe, für Volksentscheide nicht ausgeschöpft sind. Das sehe ich genauso. Denn es gibt ja nicht nur den Artikel 29 Grundgesetz und 146, wo es vorgeschrieben ist, sondern es steht ja obendrein noch im Strukturprinzip Demokratie, ohne da irgendwie ausdrücklich begrenzt zu sein. Ja, ganz genau. Und das wollen wir auch ausnutzen. Und das soll auch sozusagen die Basis unseres Wirkens sein. Sie legen einen Sperrpunkt an obligatorischen Referenten, wenn es um Grundgesetzänderungen und um Übertragung von Souveränitätsrechten geht. Worauf denken Sie, wenn es um Übertragung von Souveränitätsrechten geht? Geht es da ausschließlich um die EU und die Verträge um die EU herum oder geht es auch um andere völkerrechtliche Organisationen? Nein, also erst mal geht es uns um Einflussnahme auf die EU-Politik. Da erleben wir ja jetzt beinahe täglich, dass Souveränitätsrechte an die EU übertragen werden. Und zwar nicht mal an ein gewähltes Organ der EU übertragen werden, sondern an den Rat der Kommissare, der nicht gewählt ist, sondern von den Regierungen eingesetzt wurde, weil er nicht gewählt ist, auch nicht rechenschaftspflichtig ist und eine Zentralmacht bisher, also eine unkontrollierte Zentralmacht darstellt, die wir ablehnen. Und es geht uns darum, erst mal ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, dass die europäischen Staaten, aber auch wir in Deutschland, zum Beispiel die Haushaltssouveränität an die EU abgeben, an einen sogenannten Rat der Gouverneure, bestehend aus den Finanzministern, auch wieder nicht gewählt, sondern eingesetzt, nicht rechenschaftspflichtig. Das ist keine gute Entwicklung. Und da wollen wir korrigierend eingreifen. Das heißt, Sie wollen dann wahrscheinlich auch, dass solche völkerrechtlichen Verträge rund um die EU herum, wie der Fiskalpakt, wie der EFSF-Rahmenvertrag und der ESM-Vertrag, auch einer Volksabstimmung unterworfen werden müssen? Also auf jeden Fall muss das Volk gefragt werden, wenn so große Summen bewegt werden, wenn so tiefgreifende Entscheidungen getroffen werden, die geeignet sind, die ganze bisherige Struktur des Gemeinschaftslebens in unserem Lande zu verändern. Da muss unbedingt das Volk ein Wörtchen mitzureden haben. Zusätzlich zu den obligatorischen Referenten fordern Sie ja auch ein optionales Referendum, wenn 500.000 Leute das fordern. Wie kann man da sicherstellen, 500.000 Unterschriften sind ja auch nicht wenig, dass da nicht in der Zwischenzeit vollendete Tatsachen geschaffen werden? Ja, sicher sein kann man nie. Man kann sich nur nach besten Kräften bemühen, die Entwicklungen in die gewünschte Richtung zu schieben. Manchen erscheint diese Stufe auch viel zu hoch. Darüber kann man diskutieren. Aber wir wollten natürlich auch eine gewisse Grenze einziehen, dass nicht eine Minderheit Willkürentscheidungen treffen kann, sondern wir möchten schon, dass solche großen Entscheidungen von einer relativ breiten Mehrheit getragen werden. Und wenn es jetzt nicht um das optionale Referendum geht, sondern um Volksbegehren, also wenn eine Initiative aus dem Volk kommt, da ist das Quorum auf 5% angesetzt. Welche Themen, glauben Sie, bewegen die Menschen so sehr, dass man 5% der Wahlberechtigten bewegen kann, ein Volksbegehren zu unterschreiben? Ich bin überzeugt, dass die Frage der Entwicklung, wie Europa zukünftig aussehen soll, die Menschen schon sehr bewegt. Und dass das mehr als 5% auch an die Wahlurne bringen würde oder dazu bringen würde, sich für eine Mitbestimmung in so einer wichtigen Frage einzusetzen. Aber es gibt jede Menge andere Fragen von grundsätzlicher Entwicklung. Also wie gehen wir mit dem Haushalt und wollen wir trotz der Pleiten, die sich vor unserem Auge abspielen, zum Beispiel dem völlig missglückten Flughafenbau in Berlin, der Elbphilharmonie in Hamburg, wirklich weiter zusehen, dass der Staat als Baumeister nicht nur versagt, sondern Volksvermögen verschwendet? Also das stelle ich mir vor, könnte eine Frage sein, die die Leute bewegt. Das heißt, wo es um große Geldbeträge geht, dass da die Menschen auch Volksbegehren von sich aus initiieren und dass da auch genug Unterschriften zusammenkommt? Ja, ich meine, der Steuerzahler muss dieses Geld erarbeiten. Das ist ja kein Geld, was aus dem Nichts kommt und vom Staat als Wohlfahrt verteilt werden kann, sondern der Steuerzahler muss das hart erarbeiten. Die Politik denkt laufend über Steuer- und Abgaben- und Gebührenerhöhungen nach. Da muss dann auch der Steuerzahler mitentscheiden können, zum Beispiel, ob nicht Steuergeldverschwendung genauso sanktioniert werden muss wie Steuerhinterziehung. Das heißt, eine Initiative in der Richtung könnte auch etwas sein, worüber man Volksentscheide machen kann. Ja, davon bin ich überzeugt. Sie haben in Ihrem Konzept, fordern Sie auch das Panaschieren. Warum ist das Panaschieren wichtig? Ja, damit nicht die Parteien im engen Zirkel über die Aufstellung von Parlamentskandidaten allein bestimmen, sondern dass auch der Bürger in der Wahlurne die Möglichkeit hat, da mitzuentscheiden. Das ist nicht ganz wichtig. Wenn man eine bestimmte Partei wählen möchte, aber sagt, aber das kann ich nur verantworten, wenn ich den aus der Liste streiche, wenn man bestimmten Kandidaten auf keinen Fall im Parlament haben will. Oder einen anderen dafür, der von der Partei ganz nach hinten gesetzt wurde. Das heißt, man kann mit dem Panaschieren auch Kandidaten nach vorne ziehen? Ja, natürlich. Das heißt, dann würden wahrscheinlich auch die Bürger wieder mehr zutrauen, wenn sich wieder mehr Leute zur Wahl gehen, weil sie dann auch selber die Reihenfolge bewegen können. Ja, genau dann wäre die Wahl mehr, als nur ein bloßes Kreuz zu machen. Wir haben, ich komme ja aus der DDR, damals immer über das Zettelfalken gelächelt. Etwas bitter, weil die Wahl ja keine wirkliche Wahl war. Wir haben doch jetzt die Situation, dass wir zwar zwischen verschiedenen Parteien und verschiedenen Kandidaten wählen können auf dem Wahlzettel, aber dass allein die Parteien im engsten Zirkel darüber entscheiden, wer auf diesem Wahlzettel an aussichtsreicher Stelle steht oder nicht. Und da sind wir der Meinung, dass die Wähler mitentscheiden können sollen. Vor allen Dingen, welche Personen ihres Vertrauens sie in welchem Parlament sehen wollen. Das heißt, da hätte man die Vorteile vom Mehrheitswahlrecht, dass man sich jemanden aussuchen kann, eine Person, und auch das Verhältnis Wahlrechts, dass nicht nur die Stärksten in einem Wahlkreis sich durchsetzen, miteinander kombiniert. Wie kann man Ihre Initiative unterstützen? Also man kann Mitglied bei unserer Initiative werden. Man kann uns natürlich materiell unterstützen. Man kann als Unterstützer, als genannter Unterstützer auch beitreten. Man kann seine Freunde und Bekannten auf unsere Initiative aufmerksam machen und ihnen sagen, das wäre doch eine gute Sache, wenn ihr das unterstützt. Ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Sendung Es geht um Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz und um die Verbindung, die Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz herstellt zu den universellen Menschenrechten Und dazu wird mich meine Frau Sarah Lucia Hasselreusing befragen Sarah ist vielen ja auch bekannt, nicht nur durch unser Politikblog, sondern auch bekannt, dass sie acht Verfassungsklagen eingereicht hat mit einem Schwerpunkt auf die Verbindung zwischen universellen Menschenrechten und Grundgesetz Und auch als Anzeigeerstatterin wegen mutmaßlichen Verbrechens gegen die Menschlichkeit Bezüge Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe K Römisches Statut wegen Schädigung der Gesundheit der Griechen Ist sie einem größeren Publikum bekannt Wir möchten es einleiten, auch um die Tragweite, die Bedeutung der universellen Menschenrechte zu verdeutlichen Werden wir nochmal kurz Bezug nehmen Auch auf Verbindung ohne Strafrecht und universelle Menschenrechte Kommen dann aber gleich zum eigentlichen Artikel 1 Absatz 2 und universelle Menschenrechte Ich übergebe Ja, hallo Volker Was ich dich eigentlich erstmal fragen wollte Also der Herr Tragers hat ja so ein Interview oder besser gesagt einen Bericht mit uns gemacht In der Zeitung Crash Und ihm war da ja etwas sehr, sehr wichtig Was war ihm wichtig? Ja, aus der Anzeige, die du eingereicht hast wegen Unbekannt Bezüglich des Verdachts des Verbrechens einer Menschlichkeit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe K Römisches Statut wegen des Verdachts des Großangelegten Und oder systematischen Schädigungen der Gesundheit der Griechen Durch Verursachung von Hunger und schwere Schädigungen des Gesundheitssystems in Griechenland Die Anzeige enthält sehr deutliche Bezüge auch auf die universellen Menschenrechte Auf die Verbindung der universellen Menschenrechte zu dem UNO-Strafrecht Das ist deswegen wichtig, weil das wahrscheinlich am stärksten geschützte universelle Menschenrecht Das auch Menschenrecht auf Gesundheit ist Und das enthält nämlich ein Recht auf ein Höchstmaß an Gesundheit Artikel 12 UNO Sozialpakt Das ist wichtig, denn genau dieses ist im UNO-Strafrecht besonders verankert Dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn man die Gesundheit von Menschen systematisch und groß angelegt schädigt Dass das auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist Und die universellen Menschenrechte sind einmal die rechtsphilosophische Grundlage für das UNO-Strafrecht Das hat auch damit zu tun, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg diese Prozesse gemacht hat Vor allem gegen die Verbrechen der Nazis Und da hatte man noch keine allgemeine Erklärung der Menschenrechte formuliert Man hat dann gesagt, ja diese Rechte haben den Menschen schon immer zugestanden Aber die Prozesse, die hatten schon vorher begonnen Man musste es natürlich auch begründen Was ist denn die Rechtsgrundlage? Ja, die universellen Menschenrechte, die hatten die Menschen schon immer Man hat sie dann 1948 formuliert in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Und aufgrund dieser geschichtlichen Entwicklung Das UNO-Strafrecht, da gab es damals noch kein römisches Statut, keinen völkerrechtlichen Vertrag zu Als Grundlage dafür, dass man diese Prozesse damals gemacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg Hat man gesagt, ja die Rechtsgrundlage ist, dass es diese universellen Menschenrechte gibt Und deswegen, gerade deswegen ist das UNO-Strafrecht auch in dem Lichte auszulegen Auch diese Tragweite haben die universellen Menschenrechte Und das war Herrn Tragers wichtig Die universellen Menschenrechte zu zeigen Den Auszug aus der Anzeige Der sich bezieht auf die universellen Menschenrechte Das UNO-Strafrecht im Sinne auch der universellen Menschenrechte auszulegen Ja, ihm war ja nicht nur so das wichtig Sondern auch so, da gab es ja sowas ganz ganz Spezielles Wo sich ja auch im Parlamentarischen Rat Dr. Seeborn drauf bezogen hat Ja, Deutschland hatte natürlich im Zweiten Weltkrieg und der Zeit davor Im ganz gesamten Dritten Reich weltweit in präzedenzloser Form an Vertrauen eingebüßt Nach der Diktatur von der IG Farben und der Marionetten der Nazis Hatte Deutschland weltweit diskreditiert Und Dr. Seeborn war es wichtig, dass Deutschland wieder Vertrauen gewinnt Das Ganze hatte, denke ich, auch eine Vorgeschichte Bereits bevor das Grundgesetz gemacht wurde Das fing ja an 1948, dass man es entwarf Gab es 1946 eine Rede von US-Außenminister Burns in Stuttgart Das war der Außenminister noch, soweit ich mich entsinne War noch unter Roosevelt, glaube ich Auf jeden Fall hat Burns gesagt Die Deutschen sollen, am 6.9.1946 war es Die Deutschen sollen nur dann wieder zu Wohlstand kommen Wenn die Deutschen sich verpflichten Er meinte rechtsverbindlich verpflichten Auf den Frieden und auf die Menschenrechte Und genau das ist dann später auch im Grundgesetz verankert worden In Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz Und Dr. Seeborn war von der DP Die DP wollte, war eine gemäßigt rechte Partei Die wollte, dass Deutschland nicht zu viele Gebiete verliert Und dass es Volksabstimmungen gibt Es gab ja auch eine Volksabstimmung, das Saarland ist bei Deutschland geblieben Und es war ihm wichtig, um das überhaupt zu ermöglichen Dass Deutschland wieder Vertrauen gewinnt Und deswegen hat er ganz im Sinne von Burns, auch wenn er ihn doch nicht wörtlich zitiert Gesagt, dass es wichtig ist, dass Deutschland sich verpflichtet Auf Menschenrechte und auf Frieden Damit das Ausland Deutschland wieder vertrauen kann Und das ist in diesen Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz reingekommen Das war eine Plenarrede Er war zwar nicht im Grundsatzausschuss Der eine Formulierung gestrickt hat Aber es war eine Plenarrede Und das war relativ kurz Bevor über das Grundgesetz 1949 Beschlossen wurde Wer das nachlesen möchte Die Plenarreden findet man zum Beispiel In dem Buch der Parlamentarische Rat, was im Harald-Bold-Verlag Veröffentlicht ist Da haben wir das auch gefunden Und ich denke, es ist auch wichtig Manche Leute meinen, die universellen Menschenrechte enthalten mehr Soziales Dass das etwas wäre ausschließlich für Linke Manche Bürgerlichen haben da Berührungsängste Der Dr. Sebum war rechts von der Mitte Das dürfte auch helfen, diese neoliberalen Mythos zu zerstören Dass universelle Menschenrechte oder soziale universelle Menschenrechte Nur was für Linke wären Oder dass man die Freiheit damit einschränken würde Was für ein Unsinn Es kommt darauf an, diese Menschenrechte zu erfüllen Und da kann man innerhalb unterschiedlichster Wirtschaftssysteme In Griechenland Sterben die Menschen ja Also Wegen dieser Katastrophe Im Gesundheitswesen Und wegen Dieser Katastrophe in der EU Und Aber auch hier in Deutschland Also Es ist ja nicht so Also Dass den Hartz-IV-Empfängern Oder Leute, die aus Hartz-IV Rausgefallen sind Dass es denen unbedingt gut geht Und Der Punkt ist Also Unsere Politiker scheinen Also Die Menschenrechte Außer in Sonntagsreden Ja ein bisschen vergessen zu haben Könntest du uns Sagen Also Was Dr. Sebum Also der Herr von der CDU ist Zu Artikel 1 Absatz 2 Gesagt hat Wenn ich Einmal korrigieren darf Von der CDU Das war der Dr. Süsterhen Der Dr. Süsterhen Der hielt eine Plenarrede Noch am Anfang Des Parlamentarischen Rates Bevor es in die Ausschüsse ging Und Dr. Süsterhen War es wichtig Die Rechte Der Einwohner Deutschlands Und der Bürger Deutschlands Möglichst gut zu schützen Auch Grenzen zu setzen Gegenüber den Besatzungsmächten Und er hat einen Vergleich Angestellt Wenn Diese Universellen Menschenrechte Wenn die Gelten sollen Auch Wenn die verbindlich sein sollen Auch in Zum Beispiel Treuhandgebieten der UNO In Protektoraten Da müsste es doch Erst recht gelten Für das besetzte Deutschland Das heißt Seine Vorstellung war Er wollte starke Grundrechte Und starke Menschenrechte Er wollte Dass das angewandt wird In erster Linie Natürlich die Grundrechte Die haben Verfassungsrang Klar Aber auch die Universellen Menschenrechte Das heißt Dass auch die Universellen Menschenrechte Angewandt werden Um dem Besatzungsrecht Grenzen zu setzen Setzt natürlich auch Ein Zeichen Universelle Menschenrechte Stehen vom Rang noch Über dem Besatzungsrecht Und In manchen anderen Dingen Hat Dr. Süsterhen Damals auch CDU Mainstream Mäßig Gedacht Das heißt Er war nicht unbedingt Am linken Rand Sondern er war Doch ziemlich in der Mitte Des CDU-Spektrums Wie ich den Eindruck habe Und Er hat Auch großen Beifall bekommen In seiner Für seine Plenarrede Und Ja Das sind zwei Politische Schwergewichte Aus dem bürgerlichen Lager Die wollten Beiden Die universellen Menschenrechte Nicht mit Verfassungsrang Aber schon Mit dem Hohen Völkerrechtlichen Rang Der ihnen zukommt Es gab auch Leute Die Im Parlamentarischen Rat Gebremst haben Das möchte ich Nicht vorenthalten Dr. von Mangold Der gleiche Dr. von Mangold Dem wir zu verdanken haben Das im Grundgesetz Steht Das Wort Abstimmung In Artikel 20 Absatz 2 Dem wir das entscheidend Mit zu verdanken haben Denn er hat es als erstes Eingebracht Im Grundsatzausschuss Der gleiche Dr. von Mangold Hat gebremst Wenn es um die Universellen Menschenrechte Ging Er Wollte das nicht Als so verpflichtend So verbindlich Verstanden wissen Und Er ist der Vorsitzende Vom Grundsatzausschuss Gewesen Und Er ist Der beliebteste Grundgesetzkommentator Geworden Und Das ist vielleicht Auch ein Grund Warum Die Aussagen Von Dr. Süsterhen Dr. Sebum Und auch Als Bezugspunkt Die Rede von US-Außenminister Burns Da ein wenig In Hintergrund Geraten Sind In jahrzehntelanger Rechtsprechung Auch Zum Beispiel Vom Verfassungsgericht Wenn die Anwälte Immer nur In die Kommentare Schauen Und Der eine Schreibt beim Anderen ab Und die meisten Schreiben bei Dr. von Mangold Ab Und haben Süster Den Und Sebum Nicht gelesen Ja Ist Für den Entwurf Von Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz Für die Formulierung Eine Entwurfsfassung Der allgemeinen Erklärung Der Menschenrechte Dies Jahr Von 1948 Und Denn Began Ja Die Beratung Für den Parlamentarischen Rat Und das Grundgesetz Began Ja 1948 Und Deswegen Eine Entwurfsfassung 1949 Wurde das Grundgesetz Ja Dann Beschlossen Und Daher Kommt Auch Die Ähnlichkeit In der Formulierung Zwischen Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz Und Dem Ersten Absatz Der Präambel Also Des Vorworts Der Allgemeinen Erklärung Der Menschenrechte Der Einzige Große Unterschied Ist Dass In der Allgemeinen Erklärung Der Menschenrechte Einmal Das Wort Freiheit Steht Und Grundgesetz Steht Dann Jede Darum Bekennt Sich Das Deutsche Volk Zu Unveräußerlichen Und Unverletzlichen Menschenrechten Als Grundlage Jeder Menschlichen Gemeinschaft Des Friedens Und Der Gerechtigkeit In der Welt Und Da steht In Artikel 1 Innerhalb Der Ewigkeitsgarantie Ist Diese Verlinkung Zu den universellen Menschenrechten Ja Volker Was Bedeutet Das Denn Sind Wir Jetzt Nun Geschützt Sind Die Griechen Geschützt Ja Diese Es kommt drauf an Also Einmal ist Natürlich Das Materiellrechtliche Ich Könnte Jetzt Auf Die Bisherige Rechtsprechung Des Bundesverfassungsgerichts Eingehen Ich Könnte Eingehen Auf Bestimmte Lobby Netzwerke Die Natürlich Auch Einen Einfluss Haben Ich Könnte Auch Eingehen Darauf Welche Materiellen universellen Menschenrechte Besonders Von Bedeutung Sind Ja Worauf So Ich Zuerst Eingehen Ich Würd Mal Sagen So Sind Die Griechen Jetzt Geschützt Wie Sieht Mit den Deutschen Aus Ja Die Anzeige Die Die du Eingereicht Hast Gegen Unbekannt Die Hat Sicherlich Einen Wichtigen Punkt Deutlich Gemacht Dass Nämlich Die Grundlage Die Rechtsgrundlage Nicht nur Die Philosophische Grundlage Für Das Ohne Strafrecht Die universellen Menschenrechte Sind Noch Stärker Die Bedeutung Der universellen Menschenrechte Auch Beim internationalen Strafgericht So In Blick Punkt Gerückt Was Wir Seitdem erleben Durften Seit Der Einreichung War Dass Bestimmte Leute Versuchen Den Eindruck Zu Erwecken Vielleicht Stimmt Es Ja Auch Man Wird Sehen Das Muss Man Den Ermittlungen Dort Überlassen Dass Sie Nicht Vorsätzlich Die Griechen Geschädigt Haben Vielleicht Fahrlässig Gehandelt Hätten Das Wird Man Sehen Es Ist Ja Auch Bewusst Eine Anzeige Gegen Unbekannt Was Man Auch Gesehen Hat Ist Dass Man Vorsichtiger Wird Um Nicht Noch Einen Fall Griechenland Zu Erzeugen Man Merkt Es gab Meldungen Dass Der Internationale Währungsfonds Bremst Dass Die Auflagen Gegenüber Portugal Und Irland Nicht Noch Mehr Verschärft Werden Ich Denke Mal Um Nicht Dort Auch Noch Eine Derartige Humanitäre Katastrophe Im Gesundheitswesen Zu Erzeugen Damit Nicht Auch Dort Von Dort Noch Leute Nach Den Haag Gehen Aus Portugal Und Irland Und Ja Wie viele Menschen Schon Gestorben Sind Wegen Der Verschlechterung Des Gesundheitswesens In Irland Und Portugal Da liegen Uns Noch Keine Zahlen Wo Der IWF Scheint Ja Da Zu Bremsen Damit Es Dort Nicht Auch So Schlimm Wird Wie Griechenland Andere Haben Bisher Noch Weniger Reagiert Es gibt Menschen Die Zurück Getreten Sind Aber Irgendwie Mit Den Eindruck Bisher Wie hat es am meisten Den Portugiesen Und den Iren geholfen Dass Das Tempo Der Verschlechterung Dort Gebremst Wurde Aber Ob man Im Wirklich Schon Den Griechen Ernsthaft Geholfen Hat Und Nicht Nur Symbol Politik Macht Daran habe Ich Zweifel Ja Okay Aber Mich Interessiert Müssten Die Griechen Nicht Geschützt Sein Durch Diese Verpflichtung Und Das Gleiche gilt Natürlich Auch Für Hartz 4 Empfänger Und Leute Die Aus Hartz 4 rausgefallen Ja Ich Denke Es Geht Ja Hier In Griechenland Geht Es Ja Darum Dass Man Ganz Viel Sparmaßnahmen Macht Und Die Gläubiger Möglichst Voll Umfänglich Bezahlen Zu Können Soweit das Geht Und Was Da Völlig Außer Acht Gelassen Wird Die Unteilbarkeit Der Menschenrechte Dass Alle Menschenrechte Gleich Viel Wert Es Sei Dass Die Gleichrangig Miteinander Sind Die universellen Menschenrechte Und Wenn Da Höchstmaß Steht Dann Meint Man Da Höchstmaß Und Bei Gesundheit Steht Höchstmaß Ausgerechnet Da Spart Man Aber Griechenland Am Meisten Kaputt Das heißt Das Ist Eine ganz Schwere Menschenrechtsverletzung Und Der Punkt Ist Der Subjektive Tatbestand Mit Welchen Grad Von Vorsatz Oder Fahrlässigkeit Macht Man Das Ab Wann Ist Man Vielleicht In einen Vorsatz Hineingeraten Was Vielleicht Am Anfang Noch Fahrlässigkeit War Das Wird Alles Noch Zu Klären Sein Aber Man Müsste Doch Schon Wissen So Viel Völkerrechtlichen Sachverstand Kann Man Leuten Die internationale Mechanismen Entwerfen Ja Wohl Abverlangen Dass Sie wissen Dass ein Höchst Recht Auf Höchstmaß An Gesundheit Gibt In Griechenland wird Gehungert Menschenrecht Auf Nahrung Ist Auch Weltweit Bekannt Und Es sollte Auch Bekannt Sein Welche Menschenrechtsverträge Griechenland ratifiziert hat Es gibt Auch Menschenrecht Auf soziale Sicherheit Inklusive Sozialversicherung Ich Es Ist Auch In Deutschland So Das deutsche Verfassungsgericht Hat In mindestens Drei Urteilen Die universellen Menschenrechte Angewandt Da Mag Mit Hineinspielen Nicht Nur Die Materielrechtliche Lage Sondern Auch Wer Ob Man Sie Gerade Gebraucht Hat Als Es Darum Ging Bestimmte Rechtsakte Der DDR Aufzuarbeiten Da Hat Man Rechtsgrundlagen Gesucht Die Sowohl Die BAD In der BAD Gegolten Haben Als auch In der DDR Grundgesetz Hatte Die DDR Nicht Und EU Recht Hat Die DDR Nicht Und Dann Hat Man Geschaut Wo Findet sich Was Dann Hat Man Die universellen Menschenrechte Angewendet Da 96 Da Bestätigt Da Das Verfassungsgericht Aber Da 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 Geht Das Verfassungsgericht Darauf Ein Das Recht Auf Leben Wie es Im UNO Zivilpakt Steht Und Bei dem Recht Auf Leben Da Sind Sie Eingegangen Auf Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte Haben Die Angewandt Und Den Zivilpakt Noch Mal Zeichen Allgemeine Erklärung Der Menschenrechte Ist Auch Verbindlich Nicht Nur Die Menschenrechts Verträge Der UNO Und Ganz Frisch 18. 7. 2012 Das Neueste Urteil Erster Senat Bundesverfassungsgericht Da Ging es Darum Dass Asylbewerber Nicht Ungerechtfertigt Weniger Geld Kriegen Sollen Als Sozialhilfe Empfänger Und Arbeitslosengeld 2 Empfänger Nur Wenn es Genünftige Sachliche Begründung Gibt Und Da Ging es Dann Um Angemessenen Lebensstandard Artikel 11 Sozialpakt Und Kulturelle Teilhabe Artikel 15 Sozialpakt Noch Nicht Das Was Das Meiste Geld Ausmacht Wie Gesundheit Nahrung Und Soziale Sicherheit Aber Die Haben Ein Zeichen Gesetzt Die Haben Den Sozialpakt Angewandt Und Die Kinderrechts Konvention Beides Verträge Auch Mit Ganz Vielen Sozialen Rechten Der UNO Und Haben Es Ganz Selbstverständlich Angewendet Da Hat Unter anderem Das Deutsche Institut Für Menschenrechte Geäußert Manchmal Scheint Das In Karlsruhe Was Herz Zu Machen Wenn Renommierte Institutionen Sich Äußern Ja Renommierte Institutionen Institutionen Ja Ähm Was Bedeutet Denn Jetzt Also Äh Dieser Artikel 1 Absatz 2 Im Grundgesetz Ähm Haben Wir Jetzt Also Äh Noch Mehr Grundrechte Dadurch Oder Ähm Ich Hab Gehört Also In Lateinamerika Gibt Es Das Ja Dass Lateinamerikanische Staaten So Die Universellen Menschenrechte Äh Als Verfassungsrecht Haben Ja Da müsste Ich Ähm Die Antwort Zweiteilen Das Eine Ist Wir Haben Nicht Noch Mehr Grundrechte Das Sieht Man Eindeutig In Geschichte Vom Parlamentarischen Rat Es Gab Mehrere Vorstöße Für Noch Mehr Grundrechte Die KPD Wollte Noch Mehr Grundrechte Als Selbst Die UNO Hat Da Ist Die Nicht Mit Durch Bekommen Die Die KPD Wollte Auch Ausdrücklich Ein Grundrecht Auf Nahrung Mit Grundrechtsrang Ist Abgelehnt worden Die Zentrumspartei Was Praktisch Die Linkeren Innerhalb Des Konservativen Spektrums Ist Die Wollten Mehr Soziale Grundrechte Als Wir Heute Im Grundgesetz Haben Also Nicht Nur Sozialstaatsgebot Wo nicht Drin steht Wie Sozial Ist Es Denn Und Menschenwürde Die Auch Wichtigen Sozialen Teil Hat Familie Und Streikrecht Sondern Mehr Soziale Grundrechte Sind Sie Nicht Mit Durch Gekommen Friedrich Naumann Hat Dort Ein Briefing geschrieben Der Parlamentarischen Rat Die FDP Vertreter Im Parlamentarischen Rat Sie Wollten Das Auch eher Nicht Das heißt Das Wollte Nur Eine Minderheit Aber Sehr Unterschiedlicher Richtungen Und Was Aber Eine Mehrheit Gefunden Hat Ist Der Artikel 1 Absatz 2 Das Wichtige Ist Dieser Artikel 1 Absatz 2 Steht In Der Ewigkeits Garantie Gesamte Artikel 1 Und Gesamte Artikel 20 Sind Über Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz Vor Einschränkenden Änderungen Geschützt Die Kann Man Höchstens Noch Ausbauen Aber Nicht Einschränken Und So Wie In Artikel 20 Später Auch Das Grundrecht Gleiche Recht Auch Wiedereingekommen Ist Ausgebaut worden Ist Und Der Artikel 1 Absatz 2 Wird Oft Auch Zitiert Als Rechtsgrundlage Mit Neben Artikel 1 Absatz 3 Für Die Rechtsstaatlichkeit Im Materiellen Sinne Und Rechtsstaatlichkeit Ist doch Auch Unantastbar Ist auch Ein Strukturprinzip Und Also Dieses Verbindungsstück Ist Unantastbar Aber Nicht Die Universellen Menschenrechte Die Sind Von ihrem Wesensgehalt Her Geschützt Und Sie Haben Keinen Grundgesetz Rang Man Kann Sich Das Vielleicht So Vorstellen Wie Eine Verbindung Wie Ein Link Dieser Link Darf Man Nicht Machen Solange Es Das Grundgesetz Gibt Ist Dieser Link Da Aber Die Universellen Menschenrechte Haben Von ihrem Ranganspruch Den Anspruch Dass Sie Direkt Unterhalb Der UNO Charta Stehen Und Die UNO Charta Wiederum Hat Den Anspruch Direkt Unterhalb Der Nationalen Verfassung Und Über Den Universellen Menschenrechten zu Stehen Aber Dass Die Universellen Menschenrechte Über Dem Allergrößten Fast Allem Anderen Völkerrecht Stehen Und Das Recht Über Den Einfachen Gesetzen Das Ist So Der Ranganspruch Und 1 Absatz 2 Will Auch Und Schützt Auch Diesen Ranganspruch Den Die Universellen Menschenrechte Von Sich Aus Haben Aber Gibt Ihnen Diesen Rang Nicht Gibt Ihnen Nicht Selber Rang Anspruch Mit Grundgesetz Sondern Schützt Den Anspruch Den Sie Haben Heißt Das Jetzt So Die Sind Anwendbar Die Müssen Angewandt werden Ja Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz Ist Ein Anwendungs Gebot Und Ist Auch Ein Herabstufungs Verbot Sie Müssen Angewandt Werden Mit Dem Rang Anspruch Den Sie Haben Als Teil Des Jus Cogen Man Kann Das sich Auch Vergleichend Ansehen Mit Lateinamerikanischen Verfassung Wir Haben Uns Ein Fachbuch Gründlich Angeschaut Von Der Großartigen Kolumbianischen Juristin Anna Maria Suarez Franco Zur Justizialität Wirtschaftlicher Sozial- und Kultureller Menschenrechte Sie geht Dort Nicht Auf Das Grundgesetz Ein Ihr Thema Ist Wie Gehen Lateinamerikanische Staaten Mit Diesen Wirtschaftlichen Sozial- und Kulturellen Menschenrechten Um Von Den Besonders Viele Im UNO Sozialpakt Stehen Und Da Gibt Es Verschiedene Gruppen Es gibt Staaten In Lateinamerika Einmal Für die Verlinkung Haben Die Einen Gemäßigten Monistischen Zugang Das Sind Recht Viele Zum Beispiel Eben Auch Kolumbien Und Die Sagen Sie Übernehmen Jetzt Nicht Blankettartig Alles Was Die UNO An Menschenrechtsverträgen Beschließt Wohl Aber Das Wo Ihr Staat Ratifiziert Hat Oder Sie Verlinken Explizit Zu Ganz Bestimmten Menschenrechtsverträgen Von der UNO Da steht Dann Aber Auch In der Verfassung Drinnen Zum Beispiel In Argentinien Und Machen Das Dann Dass Sie Diese Menschenrechtsverträge Denen Verfassungsrang Geben So Als Würden Sie Direkt In der Verfassung Drinnen Stehen Also Entweder Alle Die Das Land Ratifiziert Hat Oder Ganz Bestimmte Und Das Haben Die Dann Auch So In die Verfassung reingeschrieben Und Es gibt Aber auch Länder Wo es Ähnlicher Ist Wie in Deutschland Nämlich Costa Rica Und Honduras Die Haben Ähnliche Formulierungen Auch Eine Verlinkung Zu den universellen Menschenrechten Wo Die Formulierung Aber Nicht So weit Gehend Ist Wie bei uns Das heißt Nicht Als Bekenntnis Bekenntnis Das Volkes Das Können Sie Dem Volk Nicht Wegnehmen Heißt Das Zumindest Nicht Und Wäre Es Ziemlich Illegal Das Dem Volk Wegzunehmen Oder Vorzu Enthalten Und Diese Formulierung Geht Weiter Als Bei den Verfassungen Von Honduras Und Costa Rica Die Da Auch So ein universell Menschenrecht Verlinken Nur Es Bedeutet Eben Nicht Wie Bei den meisten Lateinamerikanischen Verfassung Dass Die Verlinkung Damit Verbunden Wäre Den Von Deutschland Ratifizierten universellen Menschenrechten Verfassungsrang zu geben Ja Die Bedeutung Dieser Menschenrechte Scheint Ja Für Europa Im Augenblick So Eine Gratwanderung Zu Sein Zwischen Den Leuten Also Die Am Liebsten Alle In Armut In Hunger Und In den Tod Schicken Würden Und Diesen Menschenrechten Die Also 1946 Also von Burns Angesprochen worden sind Und Deutschland Ist Ja Da So Auch Nicht Ganz So Also Die Vertretung Von Deutschland Also Die Regierung Ist Ja Da Auch Nicht Involviert Also Sie Ist Involviert Ähm Was Hat Burns Damals Nochmal Genau Gesagt Also Die Genaue Formulierung Die Weiß Ich Nicht Auswendig Kann Man Aber Zum Teil Nachlesen In Den Verfassungsklagen Von 30. 6. 2012 Er Hat Singgemäß Gesagt Dass Deutschland Dann Wieder Zu Wohlstand Kommen Sollte Wenn Es Sich Rechtsverbindlich Verpflichtet Auf Frieden Und Auf Menschenrechte Das heißt Solange Außenminister Burns Dann Noch Was Zu Sagen Hatte Und Ich Denke Mal Die Gesamte Damalige US Regierung noch Was Zu Sagen Hatte Da Sollte Deutschland Erst Einmal Zeigen Dass Es Sich Auf den Frieden Rechts Verpflichtet Und Auf die Menschenrechte Und Er hat Nicht Nur Von Grundrechten gesprochen Und Also Grundrechte Sind Die Bürgerrechte Und Menschenrechte Die In einer Verfassung Stehen Oder Im Grundgesetz Stehen Im Des Friedens Gebot In Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz Wo Das deutsche Volk Sie zu diesen Menschenrechten Bekenntien universellen Die Grundlage Jeder Menschlichen Gemeinschaft Des Friedens Und der Gerechtigkeit In der Welt sind Und Da steht Frieden Das Ist Im Bundesverfassungsgericht Anerkannt worden Im Lissabon Urteil Vom 30. 6. 2009 Da Hat Das Verfassungsgericht Gesagt Dass Auch Durch Das EU Recht Das Angriffskriegsverbot Nicht Umgangen werden Darf Und Die Grundlage Dass Sie Das Sagen Kon Ist Weil Innerhalb Der Ewigkeitsgarantie Das Wort Frieden Steht Sie Sprechen Da Nicht Nur Vom Angriffskriegsverbot Was Noch Bekannter Ist Artikel 26 Grundgesetz Sondern Vom Friedensgebot Und Das Ist Artikel 1 Absatz 2 Das Heißt Sie Haben Es Anerkannt Sie Haben Auch In Rand 96 Vom Boden Reform 3 Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz Irgendwie Als Verbindung Anerkannt Zu gemacht Dass Sie finden Es In Ihren eigenen Archiven Da Ist Kein Funke Gutgläubigkeit Mehr Sie Wissen Dass Die Anzuwenden Sind Und Der Erste Senat Hat Es Ja Auch Am 18. 7. 2012 Auch universelle Soziale Universelle Menschenrechte Angewand Das Ist Dem Verfassungsgericht Seit Jahren Bekannt Dass Diese Universellen Menschenrechte Anzuwenden Sind Ja Ich habe Noch Eine Frage Da Steht Extern Und Intern Das Heißt Also Für Deutschland Und Für Die Deutschen Sind Diese Menschenrechte Anzuwenden Und Extern Heißt Also Wenn Deutschland Also An Auflagen Beteiligt Ist Zum Beispiel Dann Sind Diese Menschenrechte Die Da In Der Ewigkeits Garantie Stehen Für Die Staaten Die Also Von Den Auflagen Betroffen Sind Anzuwenden Ja Ja Auf Jeden Fall Also Es Gibt Da Verschiedene Abstufungen Wie Stark Greift Die Verpflichtung Einmal Gibt es Achten Oder Respektieren Schützen Und Gewährleisten Und Einmal Gibt es Intern Und Extern Das Heißt Es Ist So Gemeint Je Mehr Kontrolle Je Mehr Einfluss Ein Staat Hat Auf Die Verwirklichung Der Menschenrechte Desto Mehr Ist Er Gefordert Desto Mehr Ist Er Verpflichtet Das Auch Zu Nutzen Einmal Ist Es Das Mit Achten Er Darf Nicht selber Verletzen Schützen Er Muss Davor Schützen Dass Andere Verletzen Und Gewährleisten Das Heißt Er Muss Auch Selber Geld In Die Hand Nehmen Wenn Menschenrechte Einfach Noch Nicht Verwirklicht Sind Und Geld Schon Mal Umschichten Was Er Vielleicht Ausgibt Für Bereiche Die Menschenrechte Nicht Wo Er Nicht Gezwungen Ist Das Geld Auszugeben Da Vielleicht Mal Geld Weg Nehmen Oder Vielleicht Auch Steuern Erhöhen Um Es Dann Zu Verwenden Für Dinge Die Menschenrechte Noch Zu IWF Und EZB Und Was Weiß Was Ich Wie Vielen Externen Beratern Entworfen Haben Und Deutschland Hat Ein Hohes Stimmgewicht Dann Ist Das Eine Stärkere Externe Verpflichtung Als Außerhalb solcher Mechanismen Wo Deutschland Vielleicht International Vielleicht In Anderen Entscheidungsgremien Weniger Gewicht Hat Das Sind Mechanismen Wo Man Staaten Zwingt Gesetze Zu Ändern Sparmaßnahmen Zu Machen Und In solchen Zwangsmechanismen Gerade Wenn Man Noch Hohen Stimmanteil Hat Ist Man Natürlich Deutlich Mehr Gefordert Als Sonst Im Völkerrechtlichen Raum Da Greift Natürlich Die Menschenrechtliche Verpflichtung Ja Schon Fast So Wie Im Inland Ja Trager Hat Ja Eine Klage So Vor Dem ICC Gemacht So Wie Ich Auch Gegen Unbekannt Was Bedeutet Das Jetzt Also Was Bedeutet Das Für Deutschland Was Es Für Deutschland Bedeutet Ja Ich Denke Da Gibt Es Verschiedene Antworten Die Man Ergeben Kann Es Ich Denke Diese Anzeige Ist Gegen Unbekannt Sollte Auch Ein Zeichen Setzen Es War Absehbar Wenn Nichts Geschieht Die Griechen Hatten Es Zwar Die Folgen Beschrieben Für Das Gesundheitswesen Aber Nicht Die Dazugehörigen Auflagen Beschrieben Die Das Verursacht Haben Es War Ganz Wichtig Auch Zu Zeigen Wie Es Getan worden Ist Und Zu Zeigen Es Gibt Noch Mehr Leute Die Es Getan Haben Könnten Es Stand Akut Zu Befürchten Wenn Man Da Nicht Nach Den Haag Geht Dass Dann Noch Mehr Menschen In Griechenland Sterben Dass Viele In Deutschland Überhaupt Nicht Die Tragweite Erkennen Durch Nicht Handeln Sei Es Nun In Karlsruhe Sei Es Im Bundestag Wenn Sich Über 600 Bundestagsabgeordnete Nicht Schaffen Von 736 Seiten Zum Beispiel Im Februar 2012 Sich Den Teil Mit Auflagen Durchzulesen Was Vielleicht 30 40 Seiten Waren Deutsch Und Englisch Die Mussten Noch Nicht Mal Übersetzen Wenn 600 Leute Zusammen Das Nicht Schaffen Die Leute Wach Zu Rütteln Dass Dieses Sinnlose Töten In Griechenland Aufhört Dass Man Den Leuten Medikamente Vorenthält Das Ist Eine Schande Dass Deutschland Das Nicht Vorab Gesehen Hat Und Verhindert Hat Wir Haben Doch So Ein Großes Parlament Und Wir Haben Doch So Eine Geschichte Und Wir Haben Doch Überhaupt Nur So Viele Souveränitätsrechte Überhaupt Wieder Zurück gekriegt Deswegen Weil Die Welt Den Glauben Wieder Gegeben Hat Dass Deutschland Sich Auf Menschenrechte Verpflichtet Dass Deutschland Sich Auf den Frieden Verpflichtet Sonst Hätten Wir Doch Heute Noch Viel Mehr Besatzungsrecht Als Noch Übrig Geblieben Ist Dann Hätte Man Noch Viel Mehr Besatzungsrechtliche Vorbehalte Mit Deutschland Übrig Gelassen Und Ich Denke Ich denke Dass es Wichtig war In den Haag Dieses Zeichen Zu Setzen Dass Die Griechen Können Und Es War Wichtig Um Zu Verhindern Dass Weil Sie Sich Öffentlich Für Strenge Auflagen Aufgesprochen Haben Dass Nicht Die Deutsche Bundeskanzlerin Und Der Deutsche Bundesfinanzminister Von der Welt Vorverurteilt Werden Und Wenn Vielleicht Ganz Andere Leute Sei es Aus Beraterkreisen Sei es Sonst Irgendwo In Entscheidungs Gremien Dafür Verantwortlich Sind Für Die Auflagen Die Konkret Griechen Sterben Lassen An Hunger An Deutsche Für Unsere Würde Als Deutsche Wäre Es Unzumutbar Wenn Unsere Kanzlerin Und Unser Finanzminister Dafür Für Andere Leute In Den Knast Gehen Wenn Es Andere Leute gewesen Sind Das Muss Restlos Aufgeklärt Und Ich Glaube Das Ist Man Den Deutschen Schuldig Den Griechen Schuldig In Allen Anderen Ländern Wo Gestorben Wird Für diese Sparmaßnahmen Ja Danke Volker Wir werden dranbleiben Ich werde dranbleiben Ja Und Wir Machen Jetzt Musik Und Dann Wird Volker Noch Zu Den Anderen Interview Was Sagen Of my tears My heart receives itself As a story child took my window you've hurt me like no one did before did before But think I need some compassion I dropped my own competition By the way you were great upon now We probably met a few times later But it surely make us stronger Face to face with life, don't you see This time I was waiting for your need For your need I do this thought and do not turn around Say okay and please don't tell me why Make a break on this side or retry again Share between the reason and the life I don't know where we're all going to But are you one directly fall in your arms? Don't tell me why, don't ask me how Just take a foundation Just take a bondage Just take a bondage If I tell you someday that I don't love you You ain't know that this is a day light Something strong is falling Is the dinging to my veins See, we're back to the beginning It's just a vicious circle we build here Don't be afraid to see me while they're crying At the price we have to pay for this To pay for this Back to the sun and I'll just turn around Say okay and please don't tell me why Forget the break, it is sad or retry again Now I know that dreams can become true And I can see a lot of feelings through So I really won't directly fall in your arms Don't tell me why, don't ask me how Don't just take a bondage Just take a bondage Just take a bondage Back to the sun and I'll just turn around Say okay and please don't tell me why Forget the break, it is sad or retry again Now I know that dreams can become true And I can see a lot of feelings through So I really won't directly fall in your arms Don't tell me why, don't ask me how Just take a bondage Don't tell me why, don't ask me how Just take a bondage Don't tell me why, don't ask me how Just take a bondage 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 Don't tell me why, don't ask me how Heute ist der 21. Februar 2013 Und vorher möchte ich noch ein paar einführende Worte finden Portugal ist eines der Länder, was ein Kredit aus dem sogenannten Euro-Rettung schon bekommen hat Portugal hat Geld bekommen einmal von EFSM Da hat ja erst Irland Geld bekommen und was übrig war, haben die Portugiesen bekommen und außerdem auch aus EFSF, also praktisch im Rahmen zweier Mechanismen macht die Troika den Portugiesen Auflagen. Es gab große Proteste, auch als unsere deutsche Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel Portugal besucht hat, auch in Portugal gibt es drastische Einsparungen im Gesundheitswesen, ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, auch in Portugal hungern Menschen und auch in Portugal sterben Menschen, weil sie ihre gewohnte medizinische Versorgung nicht bekommen wie zuvor. Meine Frau und ich waren im Jahre 2001 in Portugal, haben dort schon mit Menschen gesprochen. Es war schon im Jahre 2001 so, wenn man ins Krankenhaus ging, dass man sich auch selber darum kümmern musste, wer einen jetzt pflegt etc. Es gab damals schon Probleme, es gab damals schon Zuzahlungen. Aber es ist eine ganz neue Qualität, wenn Leute schon aus der Mittelschicht nicht mehr ihre medizinische Versorgung bekommen, wenn es nicht nur die Ärmsten sind, die nicht mehr alles Notwendige bekommen und damals war es noch üblich zumindest, dass jeder seine medizinische Behandlung zumindest bekommt. Und die Zuzahlungen, die es schon gab, sind seitdem Portugal auch seine Kredite bekommen hat, erhöht worden. In Portugal gibt es allerdings gleich mehrere sehr kraftvolle Zeichen der Hoffnung. Nicht nur die Massendemonstrationen. Es gab im Jahr 2012 ein Verfassungsgerichtsurteil und dieses Verfassungsgerichtsurteil hat Lohnkürzungen untersagt. Da hatten Gewerkschaften geklagt und da sind bestimmte Lohnkürzungen untersagt worden in den Jahren 2012. Und jetzt gibt es aktuell wieder Fälle, die vorm Verfassungsgericht sind, wieder Auflagen. Unter anderem hat der portugiesische Präsident eine Vorlage ans portugiesische Verfassungsgericht gemacht. Und ich habe vor dieser Sendung dieses Interview gemacht, wir haben es aufgezeichnet, gesprochen habe ich mit Herrn Augusto Brasser. Herr Brasser ist für internationale Fragen zuständig bei dem großen portugiesischen Dachverband CGTP. Das findet man jetzt auf der Webseite unter cgTP.pt, ist der große, der linke portugiesische Dachverband. Und ich habe ihn zu den dortigen Verfassungsklagen interviewt und ich habe ihn zur Position seiner Gewerkschaft interviewt, wie man die Finanzkrise lösen kann. Und ja, auch zur Situation, was haben die Auflagen in Portugal angerichtet? Ja, die Tonqualität ist leider nicht perfekt geworden. Das lag leider an der Skype-Anstellung. Trotzdem denke ich, er sagt einige sehr deutliche und auch sehr wesentliche Dinge. Und ja, mit dem folgenden Interview möchte ich mich für heute von unseren Hörern verabschieden. Die nächste Sendung wird wieder der ersten Donnerstag im März sein. Schönen Abend noch und herzlichen Dank fürs Zuhören. Hier ist das Interview für unser Politik-Blog und für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum am 21. Februar 2013. Dieses Interview ist eine Aufzeichnung vom 20.02.2013. Mein Name ist Volker Reusing. Heute spreche ich mit Herrn Augusto Brassa vom Bundesvorstand der portugiesischen Dachgewerkschaft CGTP. Das ist ein Interview für unser Politik-Blog und für die Internet-Radio-Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum, which will be broadcasted on Thursday, the 21.02.2013. Today I speak with Mr. Augusto Brassa, who is a member of the board of the Portuguese Trade Union CJTP. Herr Brassa, welche Teile der Sparmaßnahmen sind von den Gewerkschaften angefochten worden? Welche Maßnahmen sind vom portugiesischen Verfassungsgericht als verfassungswidrig festgestellt worden? Wegen Verletzungen welcher verfassungsmäßiger Rechte? Mr. Brassa, which parts of the austerity measures have been challenged by the trade unions? Which measures have been ruled as unconstitutional by the Portuguese Constitutional Court for the violation of which constitutional rights? The measures have been challenged by the trade unions have been all measures have been proposed by Troika for football in the last years. Since the beginning of 2008, the CCP never accepted the measures that have been proposed by Troika because we knew that measures will bring more sacrifice for people, for workers. And today, this is proved that our economy has been reduced every year. With our salaries are being stagnation, our economy can't be developed because there are no investments in our domestic demands. So, that means all the measures have been taken since until today and it's been approved by the CCP. Die Gewerkschaften wenden sich gegen alle Sparmaßnahmen seit 2008, weil diese Sparmaßnahmen den Arbeitnehmern immer neue Opfer abverlangen und das Land immer mehr in die Rezession treiben. Welche Sparmaßnahmen sind vom portugiesischen Verfassungsgericht als verfassungswidrig festgestellt worden? Welche austerity measures have been ruled as unconstitutional by the Portuguese Constitutional Court? The Constitutional Court has been decided only in 2012, one of the major measures have been taken in our budget in 2012. Because in 2012, our budget introduced a tackle and that they would reduce two salaries of workers in the sector. And this reduced the salary that has been reduced in the private sector. So, our positional court, in the decision that has been taken, said that this is not, it's against our Constitution because they don't be applied for all workers in the public sector and private sector. So, this decision that has been taken, that it's declared that the reduced of two salaries and approved services were against the Constitution because there is no equal treatment for all workers in our country. Die Sparmaßnahmen zulasten der Gehälter im öffentlichen Dienst, die den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes abverlangt worden sind, nicht aber den Arbeitnehmern in der Privatwirtschaft, wurden vom portugiesischen Verfassungsgericht als verfassungswidrig untersagt. Wegen der Ungleichbehandlung, weil dort den Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst höhere Opfer abverlangt worden sind als in der Privatwirtschaft. Deswegen ist das als verfassungswidrig abgelehnt worden. Was wissen Sie über die Klage, welche seine Exzellenz der Präsident von Portugal beim portugiesischen Verfassungsgericht bezüglich der Sparmaßnahmen zum neuen Haushalt eingereicht hat? Was wissen Sie über die Klage, welche seine Exzellenz, der Präsident von Portugal, hat in der Constitutional Aussprache über die Ausstattung des neuen Budgets? Today, in our Constitutional Court, there is a complaint in two different areas. One put by our president that asked the Constitutional Court to see if the measures that are kept in that the pensions of the retired workers are against Constitutional or not. But some of the deputies in our parliament will ask to verify if these other measures are against our Constitutional or not. So that's why the deputies of our parliament asked the Constitutional Court to verify if these measures where they kept the salaries of the world are against Constitutional as well. So there are two kinds of complaints. One from our president and the other from our parliament, from the socialist and communist parliament. Asked well to push our code to verify if these measures are in line with our Constitution. Es gibt zwei verschiedene Klagen. Die eine Klage ist von unserem Präsidenten von Portugal. Er hat dem Verfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob die Rentenkürzungen verfassungsgemäß sind oder gegen die Verfassung verstoßen. Und die andere Klage ist von Abgeordneten, von den Sozialisten und den Kommunisten. Ihnen geht es darum, ob die Kürzungen zulasten der Arbeitnehmer verfassungswidrig sind. Die beiden unterschiedlichen Klagen sind derzeit beim portugiesischen Verfassungsgericht anhängig. Werden die Sparauflagen in Portugal eher auferlegt durch die Troika innerhalb von EFSM oder EFSF Mechanismus oder innerhalb des exzessiven Defizitverfahrens des Stabilitäts- und Wachstumspaktes? Are the austerity measures in Portugal rather imposed by the Troika within the EFSM or EFSF Mechanismus oder rather within the Exzessive Deficit Procedure of the Stabilitäts- und Wachstumspakt? So, until now, all measures have been taken, because we really need to reduce our debts. All measures have been taken until now. So the Troika will be in Portugal again just after the next 28th of the war. So, I don't know what we're going to propose again, but until now, all measures have been taken and have been said by everyone that is because of our debts. So, I don't know what we're going to propose again, but also what we're going to propose again. Auf jeden Fall von der Troika. Da braucht man sich keine Sorgen machen, welcher dieser Mechanismus das jetzt ist. Inwieweit berühren die Auflagen die Rechte von Arbeitnehmern, wie Tarifverträge, Streikrecht, Mindestlohn, Kündigungsschutz. And how far do the conditions affect the rights of employed people, like collective wages agreements, right to strike, minimum wage, protection against wrongful dismissal. All measures are being proposed by Troika are against all kinds, all types of rights of workers. And basically, the main attack was collective agreements. As we know that the workers are covered until 2008 by collective agreements. We say more than 80% of the workers are covered by collective agreements. And Troika imposed some measures to reduce the salaries. But at the same time, they try to eliminate all the collective agreements. Because most of our rights are guaranteed by the collective agreements. That's why they are imposing to our governments and our governments, and the government accepted this league, because it's in the same position, that it should reduce the rights of the collective agreements, and the right of the collective bargaining. And they attack all kinds of rights, single rights and collective rights. So that means we have a situation that all rights we have in our constitution, in our law, in our collective agreements, are being held in course by Troika and our government. That's why we are fighting against these measures. That's why we have been in our strikes, and we have been in our strikes, and we have been in our demonstrations and strikes, and rallies in a few days. But the next month will be one in Switzerland again. Because these men are being challenged to reduce and keep our rights. The taxes of Troika are all looking at the rights of the workers in total. Most of them are looking at the tax agreements, because the tax agreements are the most important rights of the tax agreements. That's why we have a result of the tax agreements with equal rights. The tax agreements and sovereignty are also on taxes. The tax code track is also on taxes, but also on tax agreements with equal rights. And therefore we fight against our rights. We fight against our rights, we fight against our rights, we fight against us and we demonstrate against our rights. In Greece, as I admit, Gehört zu den Auflagen auch die Senkung von Mindestlöhnen oder Mindestrenten? Gibt es mit den Auflagen der Troika auch in Portugal die Auflagen Mindestlöhne oder Mindestrenten zu senken? As far as I remember, in Greece, the Troika has made the condition to reduce minimum wages, minimum pensions. Such conditions also, have such conditions also been made by the Troika regarding Portugal? Pushkol hat an agreement to raise up our minimum salary in four different years. And in 2010, the minimum wage should raise to 500 euros. This was an agreement that was being held in a privatized committee. Why the position that is taken by Troika? It proves that our big historians shouldn't raise up. And today we have an average of 485 euros per month. And the agreement that 2010 should be raised to 500 euros. And for them and allow our salaries are not grown as well because the Troika imposed that the agreements should not be allowed to increase the salaries of general workers. So that means that since 2010, there is no growing in minimum salaries and minimum wages. And then pensions are affected as well because only the minimum wages that were about 329 euros have been raised up a little bit. But most of the pensions, salaries and minimum salaries are not grown since 2000. So the amount of wages were raised by the time. The amount of wages that the minimum wage should be raised to 500 euros per month. And so the amount of wages should be raised up to 485 euros per month. But this was on 5ET cost of 485 euros per month. Was wissen Sie über die Entwicklung von Hunger und Arbeitslosigkeit in Portugal von der Zeit vor dem Kredit von EFSM bzw. EFSF von 2011 und bis heute? What do you know about the development of hunger and homelessness in Portugal from before the EFSM-EFSF credit in 2011 until now? As I explained before, our economy has stagnation and our GDP has been reduced in the last two years. Employment has been growing highly from 7.8 in 2008 to 16.9 in 2013. So it means more than 1 million 400 workers without jobs. Because most of the, a lot of our special needs and service are closing. The employment has been increasing every month. Especially in the youth, the employment is raised today for 40% of our youth are employed. So a lot of the families, they don't have a job. So that means today, even in schools, we have childs and young boys and girls. They just come to the lessons without having a meal. So today, what we've got in our schools are boys and girls with anger because of parents. They can support giving them a meal every day. And even, we can give our own experience, because CGTP has been a school with young people. And the people without, without any support to come to school, raised from 8% to 27%. That means these all measures taken by children that affect our economy and at the same time affect our economy affect our families. And the principal people affected by these measures are the youth people and older people. Because the older people are living in pensions and then the pensions are very, very, very low. So they don't have support, but other social benefits are being kept as well. So that means all these areas are affecting most of our youth and older people. But as well, people have lived in age. Because if they don't get a job, because a lot of families are losing their jobs, and they don't have social benefits, that means they don't have a meal. Their jobs are reflected in their lives. So that means that the workers are getting at the end of December, and they are getting limited to 3. The only problem is that people are affected by youth. And the people are affected by youth and older. Most of the bad things are affected by youth. Those are affected by youth, and they are affected by youth when they have a solution. If they're affected by youth, they are affected by youth. And the people of our jobs that are affected by their families. Eine größere Zeit an Kindern ist in der Schule und hat bis dahin noch nichts gegessen und bekommt auch in der Schule keine Mahlzeiten. Inwieweit beinhalten die Auflagen die Privatisierung von sozial sensiblen Gegenständen oder Einrichtungen? Inwieweit werden Wasser oder vergleichbare Grundbedürfnisse von der Privatisierung betroffen? In how far do the conditions include the privatization of socially sensiblen assets or institutions? In how far are water or comparable to the basic needs affected by privatization? An employment in Portugal in 2008 war 7.8%. In 2013 war 16.9%. So the employment increased from 2008 to 2013 from 7.8% to 17%. And these employment are affecting in the main area of the country all family, father, mother, grandmother and sometimes even sons. So that's why today we have a lot of people with anger and they are losing their house because they kill people. Die Privatisierungen beziehen sich auf viele Dinge wie Wasser, wie Gas, Energie, Gesundheit. Und große kapitalistische Firmen kaufen die privatisierenden Betriebe auf, erhöhen Preise. Und einerseits sollen die Bürger jetzt höhere Preise zahlen, andererseits verlieren viele ihre Arbeitsplätze und können genau dadurch die höheren Preise nicht bezahlen. Also auf die Weise funktioniert das nicht, die Leute höhere Preise zahlen zu lassen und ihnen gleichzeitig Maßnahmen zu machen, wo sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Inwieweit zielen die Auflagen auch auf die Privatisierung von hoheitlichen staatlichen Behörden oder Gerichtshöfen in Portugal? In how far do the conditions aim at the privatization of sovereign public authorities or courts in Portugal? A lot of our main services are provided by the public services. The Troika has imposed to our people and our country, and our government accept that, because they are all in the same line, that public services should be revitalized. Let's say, the capital indications, the water, the health, the energy, the gas, so these all these sectors, that we have, the profits, are today in the hands of the private sector. And this is what we put in the product. So that means, today, our public services are in the hands of the private and big capitalists, because everything is being sold, because everything is being sold, are not investing. We are selling our enterprise to the international investors, but only the public services are getting, they give profit. So today, we have most opposed public services in the hands of private sector. And these sterilizations are imposed by Troika. At the same time, they privatize the public services, and they raise up the prices. So people are losing jobs, they are losing our salaries, and it's paying more, more and more for the services they receive. So that's why we say that this way, it can't resolve problems we have been used for. Gerichtshilfe sind nach wie vor öffentlich. Und da ist auch nichts dazu bekannt, dass man die privatisieren würde oder wollen würde. Außerdem sind wir für einen starken öffentlichen Sektor, auch soweit es um hoheitliche Dinge geht. Ja, das sind wir für einen starken öffentlichen Sektor. Inwieweit betreffen die Auflagen auch den Gesundheitssektor? Vor allem hinsichtlich der Versorgung mit Medikamenten und medizinischer Behandlung in Krankenhäusern und hinsichtlich der Entfernung zum nächsten Krankenhaus? In how far do the conditions affect the health sector, especially regarding the supply with Medikamenten und treatment at hospitals and regarding the distance to the next hospital? Now, today the courts are still public servants. They are not public servants. We don't know what will come next time. But at the moment, the courts are not public servants. They are not public servants. But what we say, that when we don't have a strong good sector, we lose our sovereignty. Because if we have a strong good service, we can invest, we can give the people good conditions to live. But when all these areas are privatized, because they all have profit, because they have the public service, and that means if you privatize it, they get profit for it. So when you lose the public service, and a very strong instrument of our public sector, that means our sovereignty is used, and because we can have eight tools to develop our economy. That's why the publicization, the public service, are directly connected to the rules of our sovereignty. That's why we do not have a way that we look to it, and we say we can support and can give any support to this measure. Because it's the thing we want to can develop our country if we have these instruments to develop our economy. We can't use them to develop our economy. The health costs are reduced every year. There are not only people who are poor. Many people can't pay all the medications that they need. Es gab auch vorher schon Zuzahlungen im Gesundheitswesen, aber die sind auch durch die Auflagen erhöht worden. Inwieweit haben die Auflagen sich auf die Renten ausgewirkt und inwieweit auf die Sozialleistungen für Arbeitslose? In how far have the conditions affected pensions and in how far the benefits for jobless people? Und wie auch die Auflagen erhöhter ist. Und wie auch die Auflagen erhöhter ist. Und wie auch die Auflagen erhöhter ist. So that means today when we are facing a huge problem and a lot of people that have only survived get medical and when they go to the hospital or to the pharmacies they don't get this medical they don't get it. So today we are facing a huge problem that gives the need to this medical to treat themselves and they can't get it. Even if you go to a hospital if you have to pay an fee to go to be treated in hospital a lot of people are not able to pay because they don't have any kind of resources because they don't have a service they don't have a social alternative so today when they go to the hospital our people are dying because they can't get treatment they can't get treatment in hospital so all these measures I've been taking is getting not only poor people but people that they need treatment they don't get treatment because there are no budget to buy the medical that is somehow a huge awful problem that we have to see The loanersatzleistung for workers were reduced and were only for a shorter time than before the prices How did the credit prices affect the agriculture and the environment How do the credit conditions affect agriculture and the environment? Yes, because today if you go to a hospital before you get treatment you have to pay and set an amount and sometimes you pay 3 or 4 or 10 times more than you pay before 2008 and if you don't get any kind of social alternative or salary if I mean an employer that means these people they can get treatment because they are not able to pay The Troika legt in the state Haushaltskürzungen auch in the Kürzungen in the Bereichen Landwirtschaft and Umwelt so we can see the Average of the Troika auch here out Is in Portugal auferlegt worden eine Treuhandanstalt für die Privatisierung zu schaffen so wie dies auferlegt worden ist vielen früheren kommunistischen Staaten und wie dies heute in Griechenland geschieht Has Portugal imposed a trustee institution für die Privatisierung as it has been imposed on many former kommunist states und wie es heute in Grieße Wie ich gesagt habe die soziale benötige haben been gettet by der Regierung so dass die 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 an amount und in time die sehr sehr die 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 Ich kenne die Treuhandanstalten von den ehemaligen Ostblockländern nicht. Deswegen kann ich es auch nicht mit der Situation in Portugal vergleichen. Wie könnte ein fairer Kompromiss zwischen den Gläubigern und den Einwohnern Portugals aussehen? Wie könnte ein fairer Kompromiss zwischen den Gläubigern und den Einwohnern Portugals aussehen? Wir hören uns jeden Tag in der Presse, dass die Bedürfnisse müssen, um unseren Einwohnern und zu investieren. Das bedeutet, dass wir nicht produzieren, was wir brauchen. Und wir haben zu importen, die meisten von den Inwohnern. So, das ist in einer Art, in eine Art, in der Landwirtschaft, weil wir in der Landwirtschaft und die Farmers haben. Und gleichzeitig, weil wir nicht investieren, und in die Erwohnern und die Erwohnern, weil wir alle diese Erwohnern haben. So, das ist nicht so klar. Wir müssen schauen, welche Schulden legitim sind. Und das ist klar, dass wir nicht investieren in die Erwohnern. Wir sind nicht investiert in die Erwohnern. Wir müssen schauen, welche Schulden legitim sind und welche nicht. Vieles von den Schulden beruht auf Spekulationen. Viele Mittel sind an die Banken gegangen, von den Hilfskrediten. Und die Spekulation sieht man auch daran, dass die Zinsen, die Portugal zahlen muss, bis zu 7,5 Prozent gehen. Und deshalb für einen Kompromiss ist es wichtig zu schauen, erst mal welcher Teil ist legitim, welcher ist nicht legitim. Der Teil, der auf Spekulationen beruht, ist ja nicht legitim. Und dann ist es wichtig, dass Portugal mehr Zeit bekommt, denn Schulden zurückzuzahlen. Hat ihre Gewerkschaft auch selber ein Programm oder eine Beschlusslage, wie man die Finanzkrise lösen soll. Dass Ihre Trade Union hat ein Konzept, eine Resolution, wie die Finanzkrise lösen soll. In den letzten Jahren, unsere Wirtschaft, sind nicht investiert in die Umgebung. Und sie sind nicht investiert in die Wirtschaft. Denn wenn wir reduzieren, ein Teil der Wirtschaft in dieser Bereich, das heißt, wir müssen investieren, in die Wirtschaft, in die Wirtschaft, in die Wirtschaft, in die Wirtschaft, wir können investieren. Wir können nicht investieren. Wir können nicht die Farmer zu produzieren. Das heißt, wir können die Wirtschaft, die Wirtschaft, in die Wirtschaft, die Wirtschaft, in die Wirtschaft und die Wirtschaft. Das heißt, Wir sagen, dass all diese Situation der Krise alles ausüben. Eine Ökonomie, aber auch eine Kultur, eine Ökonomie. Weil das nicht nur das Interesse. Eine Senkung des Zinssatzes und eine Aufteilung in einen legitimen und einen illegitimen Teil der Schulden. Außerdem wollen wir Steuererhöhungen für reichere Leute. Unser Vorschlag wurde nicht akzeptiert, weder von Bayern noch von, Entschuldigung, Bayern. Ich habe mich versprochen, wurde nicht akzeptiert von der Regierung und von der Troika. Und wir sind gegen die Maßnahmen, die die Troika auferlegt hat, weil sie nur der Realwirtschaft schaden, die Krise vertiefen. Und dann führt das wieder dazu, dass die Troika, um die Krise zu überwinden, wieder mehr Maßnahmen auferlegt, die wiederum die Krise vertiefen. Und so gerät man in einen Teufelskreis, das die Troika auferlegt, ist nicht die Lösung. Vielen Dank für das Interview. Many thanks for the interview. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.